hier und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zwar spiele ich heute mal pubg wieder es funktioniert mal wieder es funktioniert endlich wieder aber halt nicht bei quest das ist natürlich komplett weg nur bei facebook weil ich bei facebook mal angemeldet war ja ja wohl grüße jeden an dich raus excel ist einfach ein geiler youtuber allgemein eigentlich sind alle youtuber so cool ja bloß halt tanzverbot so ein bisschen wie soll ich sagen der beleidigt halt viel zu viel dieser kleine mensch und hat immer die große fresse und dann steckt da nichts dahinter ja ja oh eine geile sexy kiste was denn jetzt los foto gepostet in halt auf youtube da kann ich mir gleich angucken oder oder natürlich man warum komme ich nicht mehr auf dieses man das wäre so schön wenn ich da auch nicht mal da wäre ich öffne erst mal ein paar kisten nee das ist scheiße kacke aus immer solo alter ich habe immer solo so ist einfach besser training tutorial in einem match ok 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 noch mal eine kiste öffnen aber was ist das für eine brille alter so ähm classic was heißt das egal äh so also es heißt ja natürlich klassisch oh ich kann sogar lol was ist das gratis ach man natürlich muss es natürlich muss es geld kosten kann ich irgendwas kaufen kisten kisten ja doch äh ne wo war denn das nochmal bei vorrat ne shop ja doch hier oh mein gott das ist geil ja das kann man besser scheiße äh da gibt es besseres zeug hier ich nehme jetzt so safe die gasmaske oh mein gott sieht das geil aus so ja ähm ich möchte sagen beginning dieses video wird auch nur bis 14 Uhr gehen also bei mir so neun minuten musste noch gehen das video weil ich groß keinen bock hab hauptsache heute kommt ein video da hab ich eigentlich fast die ganze woche ein video gedreht ein video gemacht schon geil hier kann man jetzt auch etwas reinschreiben na komm hier ich hier und hier kann ich natürlich reinschreiben hallo hallo wie geht es euch so abonniert mich mal auf youtube da heiße ich großes d kleines e er also der und dann keine leertasse sondern großes e r i k h klein geschrieben und ich nehm grad auf ja ein bisschen werbung ne ich muss erstmal kurz ein kobe nehmen ich stink das aus dem auge aus dem mund und morgen kommt ein video mit dem lieben fred123 also auf jeden fall kommt morgen ein video mit den lieben fred133 wie schon gesagt und ja wahrscheinlich minecraft oder so was packt denn da schon wieder rum warum packt denn da schon wieder da ja der fallschirm rum oder ist der so ich glaube nicht dass der so aussieht ne ich habe eigentlich diese armee ich hasse das auch dass ich meistens auch immer so weiter unten äh hin spawne wenn es leckt und ein gegner kommt ja dann sage ich euch eins dann bin ich weg ja dann dreh ich durch ok gut es gibt kein grund warum es jetzt leckt ne für dich eben es ist so gut warum warum leckt es ich höre ein gegner ja jetzt rennt er weg jetzt rennt er weg ja 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 k digga ich weiß dass du ordentlich schön zerfickt junger wo bist du hä komm ran alter warum leckt es denn ich schwöre wenn es leckt ja Leute ich kann da ich kann so nicht auf ich kann so nicht aufnehmen ne leute wenn es leckt dann beende ich sofort die aufnahme ich habe keinen bock jetzt hier nochmal rumzuschreien das ist scheiße bin ich wenigstens in der zone natürlich nicht natürlich war er tausend meter weit weg er schießt mich mal wenn ich will da lang muss ich ganz ruhig bleiben hauptsache 1 oder 2 kills dann bin ich ruhig dann ist ok das leckt es leckt wo ist er jetzt wo ist er warum digga dieser Hurensohn warum digga dieser Hurensohn das like oder ritter wenn ich es noch nicht getan habe klingt ja tschüss ok leute ich habe mich wieder beruhigt aber ich kann das spiel nicht mehr spielen also ich werde es irgendwann wieder aufnehmen ja aber erstmal nicht weil ich könnte einfach nicht ausrasten wenn leute mich hier permanent wenn es leckt diese strecks game ja könnte ich einfach ausrasten ja also sorry leute und ähm bis zum nächsten mal tschau ja 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 ja